Heute für euch, warum Lord Voldemort das Schwert von Godric Gryffindor nie in einen Horcrux verwandelt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute möchte ich darüber sprechen, warum Voldemort das Schwert von Gryffindor nie in einen Horcrux verwandelt hat. Aber das habt ihr sicher schon durch den Titel des heutigen Videos erraten. Wenn ihr also Voldemorts Horcruxe anschaut, werdet ihr erfahren, dass er anscheinend die Gründer-Artefakte von Hogwarts sammelte. Alte Artefakte, die im Grunde persönliche Gegenstände waren, die ein Synonym für jeden Gründer darstellten. Er fand das Medaillon von Salazar Slytherin und verwandelte es in einen Horcrux. Ebenso tat er es mit dem Cake von Helga Hufflepuff und machte drei von vier aus, indem er Helena Ravenclaw dazu brachte, den Ort des verlorenen Diadems zu verraten, bevor er diesen Gegenstand ebenfalls in einen Horcrux verwandelte. Es scheint also ein Trend zu sein und es stellt sich die Frage, warum er nicht auch das Schwert von Gryffindor in seine Horcrux-Sammlung aufgenommen hat, da dieser Gegenstand im Grunde der mächtigste der vier war. Er hätte sogar den sprechenden Hut als Horcrux verwenden können, doch er entschied sich für keine dieser Optionen von Gryffindor. Über den Hut werden wir noch ein wenig später sprechen. Werfen wir zuerst einen Blick auf das Schwert von Gryffindor. Es ist einer dieser komplexen magischen Gegenstände, die trotz ihrer simplen Natur und ihres Designs viele interessante Eigenschaften aufweisen. Die Einfachheit des Schwertes liegt darin, dass es viele beeindruckende Fähigkeiten besitzt, die auf den ersten Blick kompliziert erscheinen mögen. Das Schwert ist aus Koboldstahl gefertigt, bekannt für seine unglaubliche Fähigkeit, dunkle Magie zu reflektieren. Es ist mit Kobold-Edelstein verziert und seine Herstellung erfolgte durch nichtmenschliche und nicht-zauberische Handwerkskunst. Im Gegensatz dazu wurden die anderen Hogwarts-Artefakte offenbar direkt von den Gründern selbst hergestellt. Das Diadem wurde von Ravina Ravenclaw selbst gefertigt und mit der Magie der gehörten Schlange durchtränkt. Der Becher hat eine goldene Kappe, die von Helga Hufflepuff selbst verzaubert wurde. Betrachten wir nun einige Gründe, warum Voldemort möglicherweise entschieden haben könnte, das Schwert nicht in einen Horcrux zu verwandeln. Nun, zunächst einmal gehört das Schwert tatsächlich niemandem. Damit meine ich, dass es fast unmöglich ist, den Besitz des Schwertes zu beanspruchen. Seit Gryffindors Zeit neigt das Schwert dazu, zu verschwinden und dann wieder bei einem Gryffindor-Schüler aufzutauchen, der es wirklich benötigt. Wenn der Schüler es nicht mehr braucht, verschwindet das Schwert erneut und kehrt zurück ins Büro des Schulleiters. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, bleibt es auch bei jemandem, der es wirklich verdient hat, es zu führen. Das bedeutet, dass es viele Unsicherheiten um das Schwert herum gibt, insbesondere in Bezug darauf, ob es noch da sein wird, wenn man am nächsten Morgen aufwacht. Man kann sich vorstellen, dass Voldemort das Schwert findet und es in einen Horcrux verwandelt. Doch am nächsten Tag wacht er auf und das Schwert ist verschwunden. Wie einer seiner Horcruxe, der nun zufällig irgendwo ist. Ich bezweifle, dass er die Unvorhersehbarkeit dieser Situation so sehr schätzen würde. Die Grauzone, was passieren würde, wenn Voldemort versuchen würde, das Schwert in einen Horcrux zu verwandeln, liegt darin, dass das Schwert bereits mit Basiliskenblut durchtränkt ist, das Horcruxe zerstören kann. Wenn also der Dunkle Lord versucht, seine Seele hineinzustecken, könnten sich die beiden Formen der Magie gegenseitig aufheben, was zu einem totalen Scheitern des Horcrux-Versuches führen könnte. Aber hat Voldemort überhaupt diesen potenziellen Nachteil in Betracht gezogen? Ich möchte wirklich glauben, dass er das in Betracht gezogen hat, aber man kann sich da nie sicher sein. Wenn man zurückgeht und versucht, das Schwert zu finden, wäre das für den Dunklen Lord eine große Herausforderung. Denn die wahre Ruhestätte des Schwertes war natürlich im sprechenden Hut, wo es erschien, als die beiden miteinander verbunden waren. Ja, es wurde im Büro des Schulleiters ausgestellt und blieb dort für einige Zeit, aber das mag daran gelegen haben, dass es sich an einem würdigen und ehrenvollen Ort befand. Dumbledore war nicht nur der größte Zauberer seiner Zeit, sondern auch einer der besten Gryffindor-Schüler, die das Haus je hervorgebracht hat. Seine Entscheidung, das Schwert dort hinzubringen, ist natürlich mit dem sprechenden Hut verbunden. Ich glaube also, dass alles zusammenhängt. Dass Voldemort tatsächlich nach dem Schwert gesucht hat, glaube ich nicht. Stattdessen könnte er eine gefälschte Kopie in der Familiengruft der Lestranges platziert haben, die recht überzeugend erschien, so dass nur ein Kobold in der Lage war, zu erkennen, ob es eine Fälschung war. Ich denke, das Schwert fällt in eine ähnliche Kategorie wie ein Zauberstab und kann fast eigene Gefühle und Meinungen haben. Dann haben wir den Zeitrahmen, in dem Voldemort seine anderen Horcruxe geschaffen hat und seinen Gesamtplan, den wir natürlich auch berücksichtigen müssen. Ein Horcrux muss in ein Objekt platziert werden. Von großer Bedeutung für den Zauberer Voldemort waren seine persönlichen Gegenstände. Als es um das Tagebuch ging, war es Toms persönliches Eigentum, das einst eine leere Spielwiese für seine Gedanken und Ideen war. Bevor er es magisch veredelte. Daher bedeutete es ihm sehr viel. Der verschwundene Familienring war ein weiteres Artefakt, das über Generationen hinweg in der Familie weitergegeben wurde. Dieser Ring war natürlich Teil von Voldemorts Blutlinie. Bevor er ihn in ein Horcrux verwandelte, trug er diesen Ring mit Stolz während seiner Tage in Hogwarts. Es war ein Symbol seiner Identität und Geschichte. Sowohl das Medaillon von Slytherin als auch der Hufflepuff-Becher waren Artefakte von Hogwarts-Gründern, die Voldemort sehr schätzte. Das Medaillon, das im Besitz seines Vorfahren Salazan Slytherin war, hatte eine besondere Bedeutung für ihn. Der Hufflepuff-Becher repräsentierte einen Ort, an dem er sich zugehörig fühlte. Daher entschied er sich, einen Teil seiner Seele in den Becher zu legen, um eine Verbindung zu allem, was die Schule bedeutete, aufrecht zu erhalten. Das erklärt auch, warum er hinter dem Ravenclaw, die er dem Herr war. Es war ein weiteres Symbol für die Schule, das ihm sehr am Herzen lag. Auch Nagini, die Schlange, schien von großer Bedeutung für ihn zu sein. Aber das Schwert von Gryffindor repräsentiert doch auch irgendwie die Gründer und die Schule. Warum wurde es also nicht in die Sammlung aufgenommen? Lasst uns mal Voldemorts gesamten Plan für die Erschaffung von Horcruxen betrachten. Im Allgemeinen wollte er sieben Teile seiner Seele erschaffen, einschließlich der, die in ihm selbst wohnte. Sieben war eine Zahl, die von mythischen und magischen Eigenschaften umgeben war. Zusätzlich zu diesem Verschwindeproblem von dem Gryffindor-Schwert war Gryffindor gegen alles, wofür Salazar Slytherin stand. Gryffindor wollte, dass Muggelgeborene und Heilblüter ihre magischen Fähigkeiten annehmen. Er förderte das Bild einer vereinten Gesellschaft und eines mitfühlenden Verständnisses. Slytherin hingegen verachtete alles an diesem Konzept. Er wollte eine reinbütige Gesellschaft. Er hasste die Vermischung von Magischem und Muggelblut. Er beschuldigte Muggelgeborene sogar, die Magie zu stehlen, um sie für sich selbst zu nutzen. Er züchtete sogar einen riesigen Basilisken, eine gewaltige Schlange, um die Schule von Muggelgeborenen zu säubern und baute die Kammer des Schreckens für diese Kreatur, damit sie darin wohnen konnte. Voldemorts Denkweise könnte gewesen sein, dass alles, was mit Gryffindor zu tun hatte, eine absolute Beleidigung war. Warum sollte er das Schwert des Mannes behalten, der sich seinem Vorfahren bis zu dem Punkt widersetzte, an dem er die anderen Gründer im Stich ließ? Es waren immer Gryffindor und Slytherin, die die meisten Spannungen hatten. Wenn überhaupt würde Voldemort das Schwert zerstören, nicht seine Seele darin platzieren. Das könnte erklären, warum das Schwert, nun ja, die gefälschte Kopie, in der Lestrange-Familiengruft blieb. Es ermöglichte ihm zu entscheiden, ob er es tatsächlich zerstören oder aus der Öffentlichkeit fernhalten sollte, um es auf den Status einer verlorenen Reliquie zu erheben. Lasst uns noch einmal auf das zurückkommen, was ich über den Standort des Schwertes gesagt habe. Trotz seines natürlichen Ruheplatzes bevorzugte es offenbar, im Büro des Schulleiters zu verweilen. Wobei der Schulleiter Albus Dumbledore war, die einzige Person, die jemals Tom Riddle durchschaut hat. Er war natürlich auch der einzige Zauberer, den der Dunkellord fürchtete, da er nicht glaubte, Dumbledore in einem fairen Kampf besiegen zu können. Angesichts dieser Tatsache hätte Voldemort kaum in Hogwarts und in Dumbledores Büro spazieren und sagen können, hey du, ich werde das Schwert einfach mal mitnehmen. Das würde er nicht tun. Das geht nur mit Hilfe des Elder-Stabes, der ihm nicht einmal treu war, sondern zu diesem Zeitpunkt Albus Dumbledore. Es ist auch wichtig, den Gesamtaspekt des Schwertes zu betrachten und zu untersuchen. Was ich als eine vereinfachte Sichtweise des Schwertes betrachtete, ist eine Fähigkeit, Basiliskengift zu absolvieren, was es zu einer stärkeren, offensiveren Waffe macht. Das wirft die Frage auf, ob das Schwert überhaupt als Horcrux geeignet wäre. Denk mal darüber nach. Würde ein zerrissener Teil der Seele eines Zauberers das Schwert stärken? Würde es dadurch effektiver werden? Und vergiss nicht, dass es aus Koboldmetall gefertigt war, was eine natürliche Ablenkung für dunkle Magie darstellt. Es ist möglich, dass die ursprünglichen magischen Eigenschaften des Schwertes mit der dunklen Magie, die mit einem Horcrux einhergehen, kollidieren. Die einzige Möglichkeit, die mir in den Sinn kommt, die Voldemort möglicherweise mit dem Versuch verbindet, das Schwert zu finden, war, als er nach Hogwarts zurückkehrte und eine Leerstelle suchte, was ihm eher einen offenen Zugang zum Büro des Schulleiters verschaffen würde, wenn er irgendwie Dumbledores Vertrauen gewinnen könnte. Aber das war nach den ersten 60 Sekunden seines Gesprächs mit Dumbledore vorbei und Tom hatte genug Zeit, das Diadem im Raum der Wünsche zu verstecken. Das unterstreicht auf gewisse Weise seiner Entschlossenheit, Zugang zu bestimmten Orten in der Schule zu erlangen, um seinen persönlichen Vorteil zu sichern. Und das ist meine Meinung dazu, warum Voldemort das Schwert von Gryffindor nie in einen Horcrux verwandelt hat. Wenn ihr zusätzliche Gründe habt, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und einen Abo-Daumen, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.